Also ich denke mal, so doof ist Klingmark, also so traurig ist auch Klingmark. Höchstwahrscheinlich. Du bist eine Fickfresse, so einergleichen. Das ist unglaublich. Ja, tot. Super. Sehr gut. Ist mein TK jetzt weg? Ne, wenigstens nicht. Ey, ich krieg das nicht hin. Ich krieg die Challenge einfach nicht hin. Geh mal tierisch auf den Sack. Muss ich auch einfach so sagen. Das nervt mich richtig. Brauchen wir wahrscheinlich auch so einen von den Spackos da unten. Komm. Sei lieb, sei lieb. Jawohl. Okay, jetzt nochmal. Und. Naus. Nein. Nein. Kapp, 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 kapp. Ah, warte mal. Ich könnte natürlich auch über ganz oben. Naus. Naus. Habe ich einen Einscheißer machen? Ah. Moment. Das könnte vielleicht einige Sachen... Ja, okay. Hier wird's mir die Sachen nicht vereinfachen, leider. Da ist zwei gelbe. Das ist natürlich geil. Das gibt echt viel. Dups. Wo bist du? Ne. Ah, okay. Halb so wild. Machen wir das einfach nochmal. Machen wir's doch einfach nochmal. Warum die dauernd keine unsichtbare Mauer hingebaut haben, ne? Du kannst jetzt nicht in die Tiefe da reinfallen. Versteh auch nicht so, Jans. Aber egal. Und hier ist jetzt das dritte Püppchen, was ich brauch. Richtig? Richtig. Alter, der wollte... Ich hab... Ohne Scheiße. Ich hab nach links gezeigt. Der wollte einfach nicht. Der wollte einfach nicht. Das sind auch so Sachen, ne? Also ich behaupte mal, ich hatte diese Schwierigkeiten... Äh... Nicht bei... Of the Titans. Was soll das denn? Das wirkt ja halt... Alles finde ich sehr unrund. Das ist das, was ich so an dem Spiel fast am meisten zu bemängeln habe, irgendwie. Äh... Mann. Ich mein, es ist nicht... Es ist wirklich nicht schlecht. Aber es ist auch... Nicht sehr gut. Es ist halt okay bisher, ne? Die Einfälle sind ganz cool. Ne? Aber ich hab jetzt ja wirklich auch bei weitem noch nicht den Großteil des Spiels gesehen. Wenn man ja auch einen Prozent hinter... Feststellen wird. Ich versteh das nicht. Irgendwie sind hier Mauern, also der Levelaufbau. Durch Mauern limitiert, die ich nicht sehe. Okay, dann muss ich sagen, wir machen mal den, ja. 22-facher Multiplikator. Oh, scheiß. Wieso? Gut. Geh in dein Haus auf der Wumpa-Insel und sieh dir die Konzept-Grafiken an. Ne, mach ich nicht. Kannst vergessen. Pff. Man muss schon wieder einhergeben. Oh, ich komm da ja nirgendwo hin von hier unten. Wuhu. Fuck. Fuck you, Fuku. Fuku, Fuku. Direkt Kamikaze. Schön. Wo bin ich denn da jetzt gegengesprungen? Ja, jetzt hab ich ihn verloren. Ast rein, muss ich ja wirklich sagen. Ich versuch's nochmal. Ich will das jetzt schaffen, verfluchte Kacke. Kann doch nicht so schwer sein. Himmelarsch. Ich brauche aber auch so ein... Hier, so ein Roller, ne? Ich hab mir grad so einen. Überhaupt hinzukommen. Gut. Was kann ich hier besser machen? Okay. Ah. Ah, okay. Vielleicht bin ich da doch ein bisschen engstilig gewesen. Ah, Alter. Dass man aber auch in der Luft abbremsen kann. Das finde ich genauso interessant. Level-Aufstil, Kraft-Upgrade. Sehr cool. Also, das heißt, ich bin wahrscheinlich hier gar nicht auf einen Titan angewiesen. Komm, wieder klar auf dein Leben. Ich hab nicht alle Zeit der Welt. Schubidubi-Waba. Alter, die Sprungsteuerung hier so immens geil ist. Ist es trotzdem nicht so schwierig, äh, nicht so einfach zu handeln. So. Boins. 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 Da schau ich euch das an, ey. Das ist echt... Ah. Also, entweder man schafft es deutlich oder gar nicht. So zwischende gibt es da einfach nicht. Man muss da quasi schon beim letzten Sprung sich sicher sein. Okay. Ich geh nochmal ein Stück nach vorne. Und nun ist jetzt in Schwung quasi. Oh. Man darf nicht so schwült in den Döffelstrom drücken. Was ich auch richtig kacke finde, ne? Lass mich lieber kämpfen. Scheiß auf Jump'n'Run. Echt. Die Zeiten sind vorbei, Crash. Okay, so deutlich schafft man das dann vielleicht doch nicht. Und ich wusste, dass das mit der Perspektive nicht hinhaut. Okay, aber so langsam klappt es dann vielleicht doch mal. Laufschlampel. Okay, jetzt können wir ja eigentlich wieder dich nehmen, weil du bist deutlich schneller. Oh, das ist eigentlich ganz nice, ne? Da kann man die eigentlich ganz gut schon mal in Schach halten. Wie geil ist das denn? Jetzt mal ohne Scheiß. Das heißt? Ach du Scheiße. Warte mal. Wobei muss ich dann... Ah, okay. Ne, ich brauche auch einen Roller. Ich muss mir dann noch einen Roller holen. Boah, okay. Das ist natürlich eine krasse Challenge. Aus. Weil nur einen Roller finde ich zum einen blöd. Okay, mir bleibt hier aber nichts anderes irgendwo. Du kannst... Doch, du kannst klettern. Das ist gut. Äh. Boah, ich will dich eigentlich nicht aufgehen. Ach komm. Tut mir leid. Tut mir leid. Was soll ich machen? Kann. Ups. Okay, das war richtig Kamikaze-like. Kamikaze-würdig. Zack. Oh, ja, dumm. Aber jetzt brauche ich... Jetzt ist es auch nicht schlimm, dass ich den, ähm... Kollegen abgegeben habe, dem TK. Äh, Alter. Bitte rechts starten. Das war so klar, dass er mich links anfangen lässt. Das macht auch sowas von gar keinen Sinn, ne? Äh, 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 ist okay. Ich habe auch gerade... Merkt man vielleicht keine Lust mehr auf diese... Auf diesen Bereich, ne? So was die Geduld und sowas angeht. Ich will einfach nur das Mojo haben. Grünes Mojo-Sammeln. Ich weiß nicht, wenn man aber die Dinger hier fertig macht, ne? Und dann noch so einen fetten Multiplikator. Dann muss es ja richtig Asche geben. Also Asche gleich Mojo, ne? So, wie habe ich das gerade gemacht? Das war eigentlich ganz gut. Okay, aufhören, ne? Okay, also man kann den auch sehr spät machen. Doppelsprung ist das nicht nach wie vor. Das war schon hier sehr knapp eigentlich. Bisschen zu knapp für meinen Geschmack. So. Jaisch, jaisch. Shit. Oh nein, das geht doch hier auch noch rein. Ich muss nochmal zurück. Fuck. Da habe ich einen übersehen. Glaubst du ja nicht. Das ist doch nicht zu glauben. So, komm. Da hätte ich ihn gebraucht. Fuck. Der ist natürlich jetzt wieder weg, ne? Weg vor Elber. Stopp, 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 stopp. So. Einmal raus hier, bitte. Ich hätte von oben runterfallen müssen. Okay. Das kriegen wir vielleicht noch hin. Moment. Das kriegen wir, glaube ich, sogar wirklich noch hin. Was ich erstmal sehr gut finde. Erstmal positiv zu bewerten. Ich hab's alle gekriegt, oder? Ja. Ja. Hä? Hä? Da haben wir sie alle ein. Friss es, Junge. Friss es. Okay. Ja gut. Fuck, Mann. Ah, ich muss nochmal zurück. Tut mir leid. Ich will den TK haben. Ich will den Hebel betätigen. Ich möchte wissen, was er tut. Die Moto-Change habe ich jetzt hier erfüllt. Das ist schön. Und auch sehr, sehr gut. Aber ich muss auch den Hebel betätigen. Ich muss wissen, was er macht. Das hab ich jetzt leider nicht mehr hingekriegt. Aber wie soll ich das machen? Ich muss ja nicht hier normal durch. Shit! Ja, egal. Okay. Schade, das hat bei dem einen so gut funktioniert. Das klappt bei dem anderen jetzt leider nicht mehr. Welcome to die! Äh, wechseln wir nicht mal aus. Achso. Oder auch nicht. Oh, ich töte dich lieber so. Wie viel hab ich denn jetzt? Neunfach, ist schon mal gut. Komm, 11 krieg ich noch. Na, leider nicht. Schade, schade. Levelaufstieg. Ach, jetzt hab ich von ihm aus die Sachen eingesammelt. Kein Problem. So. Jetzt müssen wir leider nochmal zurück in die Schule. Ich muss mir jetzt nochmal so ein Gerät kaufen. Ah, gut. So viel Zeit muss sein. Das ist immer das Problem bei der 100% Challenge. Ich hab eh nur mehr als genug zu tun. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich damit den Koop machen, äh, Koop Sachen machen soll. Weil Julia möchte ich damit eigentlich nicht belästigen. Aus. Okay, Gefahr besteht hier noch. Ha, aber nicht für mich. Moa. Das brauchen wir noch so ein paar Leute. Ich glaub, speichern wir jetzt auch nicht mal nicht so verkehrt, oder? Muss ich jetzt wieder hier, äh, mein Leben rennen, oder? Ach, ich hab hier Feuer, ne? Äh, da muss ich auch aufpassen, weil ich will, ich kann natürlich gerne behalten. Ich habe noch genug abgeholt, die ich mit dem hier holen kann. Äh, da kann ich hier auch schon mit dem fressen. Du knirch. Okay, Feuer ist aus, das ist gut. Ist hier noch was Schönes für mich drin? Hallo? Ne. Okay. Genau, ein bisschen wie Cortex hier, der Sprecher, ne? Äh. Was ist das? Was ist das? Ah, okay, das sind, glaub ich, Schuhe. Coole Schuhe. Spreng nicht in das Stachelding rein. Das ist nämlich Essig hier mit dem Plikator. Ah, meine Nase, sorry. Ah, mein Gott. Ah. Ich weiß immer noch aus, das ist gut. Schön, die Späte bei Ikea verkaufen. Geh mir ein Billigregal draus machen. So. Ne, dann ist auch nur so ein, so ein Power-Schuh. Kann man also getrost drauf verzichten. Aber wo war denn jetzt hier, der Ticker? Geh mir nochmal hier rein. Wo bin ich denn nochmal her? Nee, der ist jetzt nicht mehr. Dann, 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 dann töd ich das Spiel. Zu Recht auch. So. Flums. Rätsel gelöst. Ui, 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 ui. So, jetzt bin ich wieder hier. So. Ha, 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 ha. Nun. Ich hatte hier noch irgendwo her. Warum muss ich dafür ganz durchgehen? Kann ja Lujo sein. Ne, hier ist er nicht. Boah, jetzt halt doch mal die Klappe. Boah, bitte einmal hoch. Danke. Hoch, die Tossen. Gafflosch. Ich würde auch gerne einfach in der Mitte nach unten springen, ne? Was geht denn? Ich muss den langen Weg gehen. Wunderbar. Ne, der gibt's hier nicht mehr. Oh. Das ist doch nicht zu glauben. Ich geh am Stock. Wie kann das denn sein? Warum gibt's den hier jetzt nicht mehr? Boah. Ey, das finde ich gerade mega ätzend, ne? Fack mich gerade echt ab. Ja, komm, lass den los. Lass los. Boah, ist das nervig. Ist das dumm. Gibt's denn hier jetzt hier nicht mehr? Oh. Ich bin jetzt ein bisschen traurig. Bin ich ja ehrlich. Scheiße. Ja, gut, komm, dann müssen wir jetzt irgendwo hin, wo ich noch nicht genau weiß, wo wir hin müssen. Ich hab's eben wahrscheinlich gezeigt, wenn ich wieder auf der normalen Hauptmap bin. Boah, nervt mich das gerade. Ganzen Weg umsonst. Uiuiui. Bin raus. Tschüss. Oh, war der geil oder was? Oh, shit. Achso, ich kann das nochmal machen. Das möchte ich aber eigentlich nicht nochmal machen. Das war jetzt nicht so schlimm, aber... Ne, danke trotzdem. Oh, ist das dumm. Was ist das denn? Hä? Was ist das? Was stimmt denn noch nicht? Okay. Naja, ich lass den mal so sein, wie er sein möchte. Oh, cool. Noch mehr Multiplikate. Oh, yeah. Achso, man, nicht savage. 14fach. Ist ja nicht geil. Überleg mal, jetzt so ein Gelben, ne? Dann gebt ihr mir einfach mal 1400 verkackte Geld. Dann wäre es eigentlich fast wirklich nochmal wert, nochmal zu versuchen, ob ich die Motto-Challenge nicht schaffe. Aber nein, das hebe ich mir für später auf. Okay, hier funktioniert halt einfach mal die Schwerkraft dann auch nicht. Ist okay, ne? Kann ja auch keinen zu zwingen. Aus. Auch.